Du, Ernst? Was isch, Eicherli? In meinem Horoskop staat, dass ich wichtige Dinge nicht auf die lange Bank schieben soll. Was heißt denn das? Wo wird der Platz auf der Bank knapp, wenn man jetzt lang wartet? Keine Ahnung. In Wilhelmers Schwabenwelt auf dem Volksfest. Ah, und deshalb ist es so wichtig, dass ich heute nur reserviere. Genau, Eicherli. Jetzt Plätze reservieren für Wilhelmers Schwabenwelt und dort unser besonders kräftiges Schwabenbräu-Volksfestbier genießen. www.schwabenwelt.de Schwabenbräu. Fliesenschwäbisch.